Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Deaths Book. Ja, wir haben hier Second Ork Bully und First Ork Bully, die unser Zeug geklaut haben. Diese miesen Leute. Und wir wollten in diese Stadt hier oben. Prokmuckl. Prokmuckl. Was für ein bescheidener Name. Das sagt der Mayor. Hallo Mayor, the Mayor. Das ich will. Hallo. Danke. Oh, hi there. I'm the Mayor of Pluckmuckl. They call me Deaths Bank. Hero to the downtrodden. Vanquisher of evil. And Dispenser of justice. Oh, what can I do for you Mr. Spank? Mr. Spank. Uh. How do you like being the Mayor? Frankly, it's a big pain in the keyster. If you don't like it, why run for re-election? Well, I get a free house, a personal chef, a club membership and I can park wherever I want. And if I don't like someone, I just say the word and they disappear. Das klingt doch schon mal gut. Do you make people disappear often? Hmm, not really. I just like to know that the option is there. I hear you need a hero. Oh, sure do. But he's gotta be strong and he's gotta be quick and he's gotta be fresh from the battle. At your service. Interesting. What do you know about orphans? Hmm, what do you know about orphans? Hmm, what do you know about orphans? I'm just going to nod until you stop asking questions. My poll numbers are, shall we say, in an unfortunate place. If the missing orphans were to be rescued before the election... Oh, I just noticed your broken sword there. Huh. It's just resting its eyes. Yeah, I don't think this is going to work out. A hero needs a working sword. Let's continue this discussion once you've repaired your weapon. Tim the Taco Vendor. Hello, Tim. Greetings, Taco Wench. Hm. Welcome to Plunkmuckle Taqueria. How can I help you today? Do you have a name? Or should I keep calling you Taco Wench? If you have to call me anything, Tina will do. Tina is a nice name. A strong name. Dare I say? A sexy name. Are you trying to pick me up? I was mulling the possibility. Well, stop. Can you tell me where to find a new sword? You should talk to you, Brick. He lives just down the hill. What can you tell me about Von Prong? Von Prong such a stupid name. Seriously. Who names their baby boy Vaughn? I can't help but notice you can read. Are you in college? I'm studying psychology at Plunkmuckle Community College. Is it a good school? Let me put it this way. Enrolling nets you a free toaster. What does studying psychology have to do with selling tacos? What better hands on experience with mental illness is there than customer service? And it pays the bills. I live in mortal terror of the student loans office. Hey, cats! They loan out students now. What's the interest like? Hey, look. I've got a midterm tomorrow, so if you don't mind, could you just, like, either order something or leave? I see you serve tacos. Excellent! I'll take five. I'm sorry. We've had to limit it to one taco per customer. Since the incident. That'll be one dollar, please. Do you want beef, pork, chicken, or tripe? Fuck. Black, refried pinto or garbanzo beans? Eh, eh, Black. Corn, wheat, spinach or low carb sawdust tortilla? Low carb sawdust. Any special requests? Now let's not make any Sek Steam! Meokure! Der Erlösste und Erlösste ist leer. Ich habe ein gutes Schwert mit einem verletzten Schwert. Und zwar... Hier, hier. Huberix Armour, Jesus. Wir kennen auch schon Sandy. Äh, Tanko... Weiß ich gerade nicht. Hallo, alte Mann! Oh, Mann! Ist das, wie du deine Älteren behandelt hast? Älter? Mehr als ein Ancestor. Äh, nicht mir nichts von diesem Schass-Malther, Junge! Äh, nicht mehr als ein Ancestor, das Kind of Talk würde dir ein Fatsch-Malther-Beating. Der Herr sagte, du kannst du mir eine neue Ancestor. Ancestor? Du musst dich ziemlich dankbar sein, um zu einem alten Mann zu helfen. Du hast nicht eine alte Ancestor, die ich benutze? Du willst ein alter Bessie? Ich kann nicht mit der alten Frau. Vielleicht können wir einen Schraub für deine Schraub, Bessie Ein Schraub, du sagst? Na gut, es ist etwas, ich will. In all meine Spiele, eine Sache hat mich immer immer erledigt. Eine Fizikale Manifestation von Kindheit verloren? Ich will... ein Tank! Ein Tank? Nein, nur noch nicht! Ich will... ein TACO! Ein TACO verwendet leichter, sicherer, und conveniently fit in meine Pocken. Excellent! Buy mir einen mit... Chicken, Re-Fried Beans, und eine Spinach Tortilla. Oh, und sicher, dass es extra spicy ist! Nein, niemals mehr TACO zu machen. Bring mir mein TACO, und ich gebe dir ein Schraub. Oh, und du brauchst wahrscheinlich das. Ich habe mir gerade einen Dollar gegeben, damit ich mir ein TACO hole! Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Chicken, Beans... Und... Oh, Mist! Und mal schauen, ob ich es hinkriege. Chicken? Re-Fried? Eins, Einen TACO? Einen TACO? Einen TACO hat einen TACO hat... ... Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich glaube, ich habe eins falsch. Mist! Versuch' ma's noch mal! Hey, that's not running! Chicken! Chicken? Refripped beans? Spinnock! Spinnock! Wer will denn Spinnock? Ron, der Spank Ron! Oh... The Surgeon General, that'll be one day you want. Chicken? Refripped? Spinnock? Didn't I already tell you about the lawsuit? Right! Okay, hoffentlich passt es diesmal so. Außer natürlich, wir müssen es selber nachwürzen. Okay, klappt nicht so ganz! Extra spicy! I can't can that, can I? I can't can that, can I? Lektamilch... Chicken refried corn. Schau mal! Schau mal! I've got you to- I've got you to- Che- Re- And- I- 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 They call me Ubrick the Retired! Formerly Ubrick the Bitter! Formerly Ubrick the Undefeated! Formerly Ubrick the Bastard of Hill Haven! Formerly Sally the Stable Girl! And Formerly Ubrick the Bedwetter! What? You went from undefeated to bitter? I smell a juicy story. You'd be bitter too if you suffered humiliation and defeat at the hands of Lord Von Prong! No! You wanted- Me- 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 You met Lord Von Prong in battle? I did! And while I escaped with my life, sadly my breakdancing days are over! If only I'd known then what I know now! I'd have become an erotic pastry chef! I'm- Does it have to be specific or- With the right tools and proper motivation, it's easy enough to make more? Specific orphans, I'm afraid. That's too bad. I can't help you. I- Don't forget about my- Hm. What the fuck? Ja, jetzt müssen wir irgendwo den Taku scharf kriegen. Vielleicht mit dieser Kiste. Die ich nicht sehe. Oh! Onyx Hermit of Glam. What the fuck? Okay, wir haben einen Helm. Jetzt brauchen wir nur noch den Rest der Ausrüstung, also alles. Wie mache ich den scharf? Hätte ich nur nicht den Text übersprungen, ich Idiot. Selbst schuld. Hm. Hm. I'd really like another taco. I need it. My precious. Oh my gosh. The surgeon general advises against it, but that'll be one day you want. Chicken. Refried. Spinnig. Could I make that egg? Didn't I already- Right. Ah, das funktioniert nicht. Also gut, wie mache ich den scharf? Also mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Was ist denn? Überraschung? Ach, Gott. Ich glaube 10% habe ich schon. Nein, ich hatte 5%, verdammt. Cash for orphans. Wait, what? Any and all orphans. Even redhats. Contact lord one pro. Wo gibt es chili? I need chili. Here? Ne? Nix? Da schaut's gefährlich aus. Eine Nachricht. Oh. Jo. Ähm. Ich glaube, ich bin gestorben. Ups. Page 7 and a half. Ja, das ist mir auch aufgefallen, mein Guter. Okay. I can't fight things with a broken sword. So ist auch das Ding lesen. Tom Tom Tom. For the last time people do not count as... Ja, da hat wohl jemand seine Menschen entsorgt. Mixing lizards and chickens has proven unsatisfactory. The resulting chizzards are completely inappropriate. I am the wizard. Gibt's hier irgendwo was scharfes? I can't fight things with a broken sword. Ah, lasst ihr mich in Ruhe? Ja? Nein, 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 nein. Danke. Hm, das... Ja. Ja, all my stuff's in there. Ja, all my stuff's in there. Oh, it's too bad, these arcs are watching me. Na ja, schauen wir mal weiter. Ja, ich weiß, dass ich im Sterben bin, aber ich hab nichts zu essen und nichts zu kämpfen. Schauen wir mal, ob der Arms dealer noch da ist? Ach ne, da war der rechts. Das nimm ich mal als nein. Mist! Mist! Ich brauch etwas, was scharf macht. Ich will wenigstens Glückskekse benutzen. Ja. Ich hab jetzt drei Fortune-Cookies ausgegeben. A spicy plant that tastes like a generic non-trademark infringing extract from Tabasco Peppers. Juh, jetzt heißt es irgendwie so, Yubi X-Tackle. Ach, das war... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte vielleicht einfach mal die Pflanzen hier auseinandernehmen sollen, aber ich dachte nicht, dass da noch was kommt. Ich mein, wir hatten doch schon mal ein Quest mit Pixie Hair, Pixie Feather, was auch immer. Ah ja, ich soll es mir für die Zukunft merken und trotzdem das ganze Zeug auseinandernehmen. Super Chicken! Juh, Brick! Das war schnell! Das war schnell! Das war schnell! Das war schnell! der schluss auf das Puzzlinge Artefakt. Es ist legendär, aber es ist eine komplette Mysterie. Und nicht der reale Grund, warum er das Hero Deathspank hat. Was von diesem Purple Thong? Lord von Prong würde es fragen. Du hast es mir gebracht, wie ich es instructierte. Oh, wie könnte Sergeant Ork vergessen diese eine einfache Instruktion? War es das Werte der wichtigsten Zeit? Oder vielleicht die Worte der Krieg? Oder vielleicht andere Dark Forces, wo es funktioniert. Aber es ist nicht wichtig, denn Lord von Prong hat wenig patience für diejenigen, die nicht folgen können. Sergeant Ork begs für eine letzte Chance zu töten Deathspank und zurück mit seinem Purple Thong. Aber Lord von Prong hat ein anderes Plan. Ein Plan mehr künstler als der letzte. Ein Plan, der sicher zu place den Hero Deathspank's Thong firmly in seine grasp. WTF? 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 Heiltrink auf unten hatte ich sie, glaube ich. Nee, Essen hatte ich auf unten. Heiltrink auf rechts. Ne, auf Rutsche passen. Und ich muss bei Gelegenheit, wie war das? Cleaver und Fire Elemental Sword. Zack, zack. Und jetzt finde ich wieder gut ausgerüstet. Stupid Chicken. Yeah, ich bin wieder mächtig. Ich sehe seine Seele entsteigen. What the fuck? Jetzt gehen wir rüber zu Jubrik, der hat nämlich noch ein Quest für uns. Denke ich zumindest. Er hat es zumindest angedeutet. Hallo, Jubrik. Müssen wir ihm noch ein Paket vorbeibringen? Oh, ja. Na ja. Nuzzleford. Okay. Grüezi. Grüezi. minute time frame so I counted as one failure so von prong is very powerful well he defeated me didn't he I've studied 14 forms of ninjutsu what a terrible world we live in when ninjutsu can't solve our problems if I only knew then what I know now what didn't you know then that you wish you did pardon what didn't you know about your battle with Lord von prong oh plenty of things like his favorite color which of the three stooges is his favorite that normal weapons are ineffective against him if he were a tree which tree would he be all lessons I learned the hard way you said you might have some side quests for me excellent I sent my sidekick to a cave entrance to wait for me and then I forgot all about him could you go tell him to come back what your boy this one time this guy gave me a taco to fix his sword damn fool I would have done it for half a taco any I once really well I and it wasn't what I meant to say is that I once kicked a cat anymore fantastic stories of heroism I once infiltrated a coven of vampires who were also vacuum cleaner salesman that sounds like it must have been exciting not really it sucked on many levels any more magnificent tales of valor did I ever tell you about the time I arm wrestled a mountain did you win it was a draw that I think the mountain cheated any more gripping anecdotes of gallantry there I was surrounded on all sides by bloodthirsty orcs then I was the king of France and a woman and I had a leopard was this by any chance a dream nope why do you ask any more exhilarating retellings of intrepidity I once bludgeoned a yeti in my underwear how did the yeti get into your underwear one leg at a time any more inspiring chronicles of courage during my travels I came across a secret so dangerous so dark it must never be repeated I had to sell my sidekick just to find out the first three letters decades of searching at long last yielded the answer which has eluded so many for so long I know what the secret of monkey island is that's okay not that interested all right suit yourself okay okay you bring an alter howling und irgendwie sehr ähnlich mit desfing okay aber wir haben ja noch eine menge quesst und ich bin nicht irre jup greetings random non-player character oh hi there protagonist desbank you must help me the queens killed my father well at least they hurt his feelings pretty bad could you kill the queen at fishing lake and bring me its mating gland I'll pull that gland right off the old girl yeah you'll need this mating whistle to summon the queen queens are incredibly picky and only respond to the right frequency okay aber da waren wir glaube ich schon mal greetings morose man I am death spank hero to the downtrodden um hi I'm pippin apple I guess what were your parents thinking naming you that probably the same thing your parents were when they named you death spank let's get to the part where you beg me for help I haven't heard from my brother red delicious is that that is real name or a stripper name he's a farmer in the village north of here could you find him for me I'll locate your brother pippin apple I want you to find my brother red delicious I'm pippin apple whatever I'll find them both if I have to okay was ich vorhin sagen wollte ist wir waren schon mal bei diesem see wenn ich mich nicht irre ist der links unten der kleine blaue fleck wo wir auch den großen green kind of talking mayor of pluck muckle you wouldn't know with you you're that I can't do your job ever hear of this guy called Lord prawns something oh yeah you must be thinking of Lord von prong he lives up in prong castle far to the east what can you tell me about him just that he's a registered independent and against gun control finish this sentence Lord von prong is kind of a jerk how so he used to be such a wonderful and courageous man then it was like he changed overnight and became a cruel coward of a man now he just hides up in his castle and lets his legion of orcs spread tyranny he's really hurting my poll numbers have the orphans ever oh sure all the time frankly we're a bit negligent in that regard like this one time they were kidnapped by a Broadway producer and forced to do rent oh the horror well it was no Les Mis but it was still better than cats do you have any odd jobs I could do oh you really are a morning go-getter aren't you oh while I was dumping some recyclables into the garbage dump I dropped my keys you could go find them for me I can find your downtrodden keys fine mayor excellent okay yeah 100.000 new okay okay oh yeah oh hello Juan greetings food vendor I'm feeling peckish let's see what you've got oh gut und kann endlich essen kaufen ach verdammt welches kaufe ich denn ja genau und ich habe ein paar ein 21 ist doch eine gute zahl ja nächstes mal na gut ich mache euch noch die komischen haufen aber die komischen haufen aber ich muss diesen dreck jetzt ausgaben zwei vier schlüssel verloren er wirklich 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 hier okay ich wollte mich noch ein ja was ich ursprünglich sagen wollte ist wir sind am ende unserer zeit und ja nächste folge machen weiter und fangen mal an mit diesen ganzen nebenkästen wie viel sind viele hier sind nebenkästen sieben unwichtige sachen und zehn hauptsachen also erst mal die unwichtigen sachen ja genau nächste nächste folge bringe ich erstmal das package für nach sofort ab aber ja nicht dieses mal ich hoffe die heutige episode hat euch wieder gefallen und wir sehen uns zur nächsten folge von let's play devspank bis dahin vielen dank fürs zusehen und ciao ciao so 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 so